Die Erschütterungen nach der Wahl in Thüringen klingen nur langsam ab. Während sich die CDU auf die Suche nach einem oder einer neuen Vorsitzenden macht, wurde eine andere Stelle schnell nachbesetzt. Vor einer Woche noch war Christian Hirte Ostbeauftragter der Bundesregierung. Nach einem freudigen Kommentar zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen musste er auf Druck der Kanzlerin das Amt allerdings aufgeben. Sein Nachfolger ist der bisherige Innenstaatssekretär Marco Wanderwitz. Der Sachse verfügt über eine Ostbiografie, Erfahrungen im Umgang mit strukturschwachen Räumen und eine klare Haltung gegenüber der AfD. Das ist ein Nazi und er ist dort nicht der Einzige, twitterte er zum Beispiel am Abend des 17. Januar 2017, als der thüringische AfD-Vorsitzende Björn Höcke seine Brandrede im Dresdner Brauhaus Watzke gehalten hatte. Nun soll Wanderwitz für die Interessen aller Bundesländer im Osten eintreten. Ja und mit ihm spreche ich jetzt, dem neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz. Guten Tag nach Berlin. Grüße Sie, hallo. Warum brauchen wir überhaupt noch einen Ostbeauftragten 30 Jahre nach der Wende? Weil es immer noch viele politische Fragestellungen, Aufgabenstellungen gibt, die eine Spezifika der neuen Bundesländer haben, die teilweise noch aus Zeiten der ehemaligen DDR herrühren, teilweise aber auch neue Herausforderungen des Strukturwandels beispielsweise sind. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn es einen Brückenverstärker zwischen den alten und den neuen Bundesländern weiterhin gibt. Gibt es noch zu große Mentalitätsunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen? Es gibt sie zumindest noch. Und das hat, glaube ich, auch ein Stück weit damit zu tun, dass wir immer noch nicht so selbstverständlich miteinander im Gespräch sind, wie ich mir das wünschen würde. In den jüngeren Generationen ist das weniger ausgeprägt. Aber es gibt noch gut zu diskutieren und zu tun. Werden Sie sich denn speziell in Ihrer Rolle als Ostbeauftragter stärker bei den ostdeutschen CDU-Landesverbänden einmischen, wenn Sie mal an die vergangene Woche in Thüringen denken? Das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder ist natürlich ein Amt, was mit einem CDU-Politiker besetzt ist, aber kein parteipolitisches, sondern ein Regierungsamt. Insofern bin ich da zu einer gewissen Neutralität verpflichtet und angehalten. Ich bin aber auch Mitglied des Bundesvorstands meiner Partei und habe natürlich ein Interesse, mit den Landesverbänden in den neuen Bundesländern auch das Gespräch zu halten und zu suchen. Aber wo sehen Sie denn dann Ihre Rolle? Es geht natürlich vorrangig darum, uns beispielsweise als Bundeswirtschaftsministerium im Bereich des Strukturwandels, im Bereich der gleichwertigen Lebensverhältnisse einzubringen. Es geht aber auch nach wie vor beispielsweise um das Thema weitere Aufarbeitung von SED-Unrecht. Es geht um rentenrechtliche Fragen und so gibt es eine Vielzahl von Fachthemen, wo ich den Finger drauf haben werde. Aber es gibt da eben natürlich auch parteipolitische Themen in der CDU und in den anderen Parteien. Und diese parteipolitischen Themen, die möchte ich nochmal ansprechen. Wie kann die CDU im Osten von der AfD-Widerstimmen zurückgewinnen? Muss sie sich Ihrer Meinung nach stärker Richtung rechts öffnen? Ich glaube, wir sind gut beraten, unsere geltende Beschlusslage, nämlich die Unvereinbarkeitsbeschlüsse nach links wie rechts einzuhalten, beizubehalten. Wir sind gut beraten, uns mit beiden Beinen in der demokratischen Mitte des Parteienspektrums aufzustellen, klar abzugrenzen, klar zu sagen, so wie wir das in Sachsen beispielsweise getan haben, wie mein Ministerpräsident Michael Kretschmer das gesagt hat, mit uns wird es keine irgendwie geordnete Zusammenarbeit mit der AfD geben. In der CDU gibt es ja auch Forderungen nach einer stärkeren Abgrenzung zur Werteunion. Teilen Sie die? Ich persönlich bin beispielsweise bei mir zu Hause im Kreisverband Zwickau mit unserem örtlichen Werteunionsvorsitzenden und seinen Mitstreitern gut im Gespräch. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir sind einer Meinung, dass wir gemeinsam Mitglieder der christlich-demokratischen Union sind, die Werte dieser Partei teilen und auch eine klare Abgrenzung am rechten Rand haben. Insofern hoffe ich, dass wir zu genau dieser Zusammenarbeit innerhalb von CDU-Mitgliedern wieder ein Stück weit mehr auch in ganz Deutschland finden können. Halten Sie überhaupt eine Werteunion innerhalb der Union für nötig? Ich halte es da durchaus mit Tobias Hans, unter anderem dem saarländischen Ministerpräsidenten, dass die CDU ja als Ganzes eine Werteunion ist, nämlich eine Partei, die auf Grundwerten basiert, die wir alle Mitglieder teilen. Ich bin nicht der Meinung, dass es weitere Spezifizierungen, neuer Vereinigungen oder dergleichen zu den bereits bestehenden braucht. Insofern wäre es aus meiner Sicht schön, wenn die Mitglieder der Werteunion sich noch stärker in die eigentliche Parteiarbeit einbringen würden und weniger in ihrem neuen gefundenen Gremium die Arbeit suchen. Halten Sie das No-Go, was die Linken betrifft, denn überhaupt noch für zeitgemäß? Absolut. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist es so, dass nach wie vor die Linkspartei, die ja unter diversen Namenswechseln nach wie vor die direkte Nachfolgerorganisation der SED ist und auch in nicht kleinen Teilen noch aus denselben Leuten besteht. Und zwar auch eben nicht nur aus, in Anführungsstrichen, einfachen Mitgliedern, sondern auch aus Funktionären, die in der DDR einer Diktatur staatstragend waren, sich teilweise auch persönlich schuldig gemacht haben, bei der Stasi beispielsweise gespitzelt haben, Menschen geschadet haben. Ich habe bei mir zu Hause in meinem Wahlkreis in Hoheneck, in Stolberg, ein berüchtigtes Zuchthaus, in dem politisch Andersdenkende eingeknechtet wurden. Das alles ist immer noch in der Linkspartei enthalten. Und zum anderen gibt es auch jetzt ganz aktuelle politische Forderungen, die an den Rand unseres Verfassungsbogens gehen und von denen wir uns klar abgrenzen müssen. Aber Linke ist ja nicht überall gleich Linke. Gerade Bodo Ramelow in Thüringen gilt ja als recht gemäßigt. Macht das für Sie keinen Unterschied? Sicherlich ist Bodo Ramelow, der ja gelernter Sozialdemokrat ist, ist kein typischer Linksausleger innerhalb der Linken und hat auch keine persönliche DDR-Biografie. Aber es geht ja hier nicht darum, den König von Thüringen zu kühren, sondern es geht darum, den Ministerpräsidenten ein hohes Staatsamt zu wählen. Und da ist eine Trennung der Person Bodo Ramelow von beispielsweise seiner Landtagsfraktion und der ihn tragenden Linkspartei nicht so einfach möglich. Wie kann denn eine Lösung für Thüringen aussehen? Die Lösung, die unter anderem mein Ministerpräsident Michael Kretschmer ins Spiel gebracht hat, nämlich, dass man mit dem schwierigen Wahlergebnis, was ja erstmalig und bisher einzigartig ist, nämlich, dass die unzweifelhaft demokratischen Parteien der Mitte keine eigene Mehrheit im Landtag haben, keine Regierung bilden können, anders als das beispielsweise jetzt in Brandenburg oder in Sachsen der Fall war, da ist vielleicht das Verlassen der eingetretenen Wege keine schlechte Lösung. Stichwort, man findet überparteiliche Experten, die so eine Regierung tragen können. Wie lange das dann trägt, wird sich zeigen. Besser wäre natürlich, wenn Wahlergebnisse zustande kämen, in denen andere Konstellationen möglich sind. Warum kann das, was auf Stadt- oder Gemeindeebene funktioniert, nicht auch auf Landesebene klappen? Müsste die CDU da in Ostdeutschland nicht über ihren Schatten springen? Ich bin selbst viele Jahre Stadtrat in meiner Heimatstadt Hohenstein-Ernstel gewesen, bin noch Kreisrat im Landkreis Zwickau. In der Tat ist es so, dass in der Kommunalpolitik es selten um Parteipolitik geht. Da geht es darum, baue ich Straße A oder Straße B, kriegt die Feuerwehr dieses Auto oder das Feuerwehrgerätehaus neu. Das sind keine parteipolitischen Fragen im eigentlichen Sinne. Aber ich kann auch sagen, schon zwischen Stadtrat und Kreistag sieht man einen Unterschied. Im Kreis wird es politischer. Und spätestens auf der Ebene der Bundesländer und der Landtage sind wir tief in der Parteipolitik. Und da kann man eben nicht mal Fünfe gerade sein lassen. Und wie stellen Sie sich das dann vor? Wie soll die CDU künftig Mehrheiten finden oder auch regieren? Bleibt da nicht nur die Opposition? Es geht natürlich darum, dass es uns gelingt, mit unserer Programmatik und den personellen Angeboten Mehrheiten zu finden. In Sachsen ist uns das ja beispielsweise recht gut gelungen. Da haben wir zwar im Verhältnis zur letzten Landtagswahl Prozente verloren, aber 50.000 Wählerstimmen gewonnen. Michael Kretschmer war der Wunschkandidat der allermeisten Sächsinnen und Sachsen. Und deswegen konnten wir eine Regierung gemeinsam mit SPD und Grünen bilden, die sich viel vorgenommen hat, die ein gemeinsamer Geist trägt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir dort in fünf Jahren zu guten Ergebnissen kommen. Wenn es anders ausgeht, wie beispielsweise jetzt in Thüringen, dann muss man auch klar anerkennen, dass das jedenfalls kein Regierungsauftrag für die CDU dort ist. Und das war Marco Wanderwitz, der Neu-Ost-Beauftragte der Bundesregierung. Vielen Dank für das Gespräch.